Die Cheshire Home Invasion Murders Am 23. Juli 2007 drangen Linda Hayes und Joshua Komisajewski in das Haus der Familie Pitty in Cheshire, Connecticut ein. Ihr ursprünglicher Plan, das Haus zu überfallen, änderte sich schnell. Sie fesselten die Familie und raubten das Haus aus. Jennifer Hawke Pitty wurde vergewaltigt und ermordet. Die Töchter, Hayley und Michaela, starben an Rauchvergiftung, als die Täter das Haus anzündeten, um Beweise zu vernichten. Der Fall erregte weltweite Aufmerksamkeit und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Todesstrafen-Debatte in Connecticut. Zunächst wurden Hayes und Komisajewski zum Tode verurteilt. Doch später wurden ihre Strafen in lebenslange Haft umgewandelt. Die Opfer, Hawke Pitty, war Krankenschwester, während ihre Töchter Hayley und Michaela vielversprechende Zukunftsaussichten hatten. Dr. William Pitty überlebte als einziger das Verbrechen und wurde später politisch aktiv. Der Fall führte zu Reformen im Strafrechtssystem von Connecticut und rückte die Themen Todesstrafe und Opferschutz ins Zentrum der Diskussion. Der Dokumentarfilm The Cheshire Murders sowie Spendenaktionen wurden organisiert, um an die Opfer zu erinnern und Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Dr. Pitty heiratete später Christine Palouf und wurde politisch aktiv, indem er als Abgeordneter im Parlament von Connecticut diente.